Einige Zeit ist vergangen, liebe Sportfreunde, und die Ära von Yu-Gi-Oh! GX beginnt. Und zwar der nächste König der Spieler. Soll das der Typ links oder der Typ rechts? Der Typ rechts hoffentlich nicht. Dank Jungen zu meinen Freunden war Duellieren zu einem weltweiten Phänomen geworden. Überall sprassen Duellschulen aus dem Boden. Der egezige Duellant Chen Yu gehielt die Chance, der hoch angesehenen Duell-Akademie beizutreten. Es gab nur einen Haken. Er musste für die Aufnahme ein Duell gewinnen. In seiner Eile zur Schule zu kommen, rannte er eine geheimnisvolle Person ein, die einer bekannten Gestalt aus der Vergangenheit ähnelte. Äh, äh, sorry. Du bist ein Duellant, nicht wahr? Ja, ich möchte an der Akademie aufgenommen werden. Was du nicht sagst. Hey, du bist doch... Warum nimmst du nicht diese Karte? Irgendwas sag mir, dass er zu dir gehört. Wow, wirklich? Und ich hab mich immer gefragt, warum zum Henke hat man eigentlich Yugi's Augen nie gezeigt? Also irgendwie, keine Ahnung, ein Hinweis darauf, sozusagen ob er noch die gleichen, sag jetzt mal, offenen Augen hat wie früher oder mittlerweile, eher so aussieht wie der Pharao. Viel Glück! Jenny merkte, dass er zu spät dran war und ranne zur Akademie, in der Hoffnung, noch rechtzeitig anzukommen, um uns auf die Aufnahme zu qualifizieren. Also dann, Zeit für den Test. Wie heisst du, Kleiner? Äh, Jane Yuki. Nun, äh, Jane Yuki. Ich bin Dr. William Crowler, der Dekan der Fakulität für Techniken hier in der Duellakademie. Haha, ein Fakulitätsdekan. Ich hatte keine Ahnung. So wie sie angezogen sind, dachte ich, das ist wie ein irgendein verrücktes Akademie-Maskottchen. Eine Tambourmarionette oder ein Cheerleader. Wie kann ich auch so einen coolen blauen Duellblaze bekommen mit dem Seed tragen? Viel harte Arbeit und äußerst gute Noten. Hm, natürlich musste dafür zuerst eine Duellakademie aufgenommen werden. Und ich will dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Hm, also dann, ich bin bereit. Zeit für ein Duell. Tja, vor allem, wir sind alle bereit. Und zwar beginnt die Ära der... Elementarhelden. Was ist zum Henker, was ist jetzt los? Oh, das muss ich ernsthaft nicht erzählen, die Fusionsbeschirungen gehen. Hallo? Was? Hat der was anderes gesagt? Irgendwie ein Holzmänner-Pakatsches irgendwas? Oh Mann, ey. Warum? Antiker Antrieb. Ja, der sieht sehr antik aus. Und sehr schwach vor allem. Elementarhelden. Elementarhelden. Knospen fallen schlecht. Hm, warum... Ich will dir dann in eine Hand genommen werden. Hallo? Elementarhelden. Rampor Blaster. Das ist ja auch verdammt schwierig, um Fusionsbeschirungen auszuführen. Ich würde keine Angriffsposition. Nicht wohl zu einer Vertanungsposition machen, aber egal. Weil der Effekt von Rampor Blaster wäre schon geil genug gewesen. Elementarhelden. Knospen. Natürlich spiele ich keine Feindkarten. Nichts, um mich zu blocken. Ist klar. Fusionsrückerstattung. So. Ich gebe die Fusion zurück. Bier-Tricks. Äh, äh, Börsnetrix. Börsnetrix, so. Äh, plus Donnerfallenkarte. Nein, ich würde gerne jetzt mal gucken, was wir eigentlich noch so im Deck haben. Donnergigant. Tempest. Marino. Flammenflügelmann. Elektrum. Uh. Ja, da wird es viel, um den zu rufen. Oh. Antike Antriebskole. Aua, nein, meine Elementeheld. Jetzt kann ich eigentlich nicht mal meine Feindkarte spielen. Ja. Hier, Wolkenkratzer. Lassen wir ran. Jetzt kommt Avian. Wenn ich nachher Flammenflügelmann rufen kann. Ja, natürlich. Super hersehbar, ganz ehrlich. Weil ich mich frage, was die scheiß Knospen dabei soll. Fusionsbeschwörung. Elementarheit. Flammenflügelmann. So. Jetzt rennt der schon wieder. Ah, so. Flammenflügelmann. Flammenflügelmann. Wir kommen einen kleinen Boost. Dank Wolkenkratzer. Und das wars. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für das Duell. Ja, Spielsatz und Sieg. Damit habe ich den Test wohl bestanden. Was? Unmöglich, Mann. Er wird geschlagen. Ich bin Anna. Akademie. Geil. Willkommen, meine Schüler. Ich bin Kanzler Shepard. Der Schuldirektor hier. Und ihr seid die besten und talentiertesten jungen Duellanten der Welt. Hm. Ich habe mich angestuft worden. Da ist sie. Aber es sieht aus, dass mein Wohnheim ist live for red. Wie cool. Meins auch. Ja, ihr seid ja alle rot. Hey Wäsche. Bist du auch in red? Lass doch mal sehen. Gelbe Ärmel. Gelbe Knöpfe. Ich glaube nicht. Hm. Fumlin sein könnte. Äh. Ne. Hätte aber sein können. Ja, so zweifelig. Er geht in die falsche Richtung. Euer Wohnheim ist da drüben. Das ist doch kein Wohnheim. Das ist ein Klohäuser mit einer Terrasse. Ja. Das ist ja. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ganz kurz erklärt. Es gibt hier drei Wohnheime. Wenn man so will. Äh. In Hallenacht den ägyptischen Göttern benannt. Sliver Red. Ra Yellow. Nobelisk Blue. Eine Duell Akademie ist ja von Kyber errichtet worden. Jetzt kann es natürlich schon ein bisschen denken, warum Sliver Red irgendwie so kacke aussieht. Äh. Ja. Also eben ein bisschen nach Kyber. Sag jetzt mal inspiriert. Der irgendwie so dachte, hm wir brauchen irgendwie ein System. Also die schlechtesten Schüler sind in Sliver Red. Die mittleren, begabten, guten Schüler sind in Ra Yellow. Das sieht es auch schon wesentlich besser aus. Die besten, die Top Elite Duellanten. Wobei. Duellieren sind meist gar nicht mal so gut. Das sind eher diejenigen, die halt schulisch gut sind. Oder auch irgendwie die Eltern viel bezahlt haben und so. Die sind halt in Obelisk Blue. Was eher schon ziemlich protzig aussieht und so. Ähm. Schon irgendwie klein oder? Du bist ein kleiner Kerl. Also ich mag es. Sie sind eine super Bruder für unser erstes Jahr hier. Ähm. Weisst du sowas wie, du wärst ein ägyptischer Pfarrer und ich war der Wächter Seto. Äh. 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 Mal gestrickt. Ich bin... Das geht einfach nicht super. Unsuper. Hm. Hey. Die waren aus gutem Grund zu. Entschuldigung. Äh. Wir haben dich gar nicht da oben auf dem Hochbett schlafen sehen. Wer seid ihr und was macht ihr in meinem Zimmer? Hä. Entschuldigung. Mein Name ist Jane Yuki. Und ich bin Cyrus. Ich bin ein neuer Mitbewohner. Ist alles neu, wa? Und lass mir auch mal erklär mit den Dingen hier laufen. Was ja Dinge. Hm. Wie hat die ganze Sache mit den Farben funktioniert? Das ist wichtiger als alles andere. Echt? Jo. Der andere Typ, der die ganze Zeit kommentieren ist, hat sich schon erwähnt. Die Blauen sind in Obelisk Blue. Gelb in Ray Yellow. Die Roten sind in Red. Die Blauen sind ja am höchsten Endstufen Schüler. Haben sie eine Wege an Noten im Blue und andere Überbeziehungen. Haben sie alles erwähnt, Jumli. Die Gelben sind die zweithöchsten. Hauptsache jüngere Schüler mit viel Potential. Nehmt es nach uns. Die Wunder aus Red. Die Wunder? Oh, ein cooler Name. Nö. Es ist eher ein Wunder, dass nicht wie wir es überhaupt so weit geschafft haben. Tut mir leid, wir sind der Botensatz hier. Duell-Blindgänger. Hallo Kinder. Ja, Mann. Hey, ich bin übrigens Jumli. Du 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 du. Ein Duell in Sachen Liebe. Hä? Muss ich das verstehen? Ja, doch doch jetzt auch ein paar Duelle. Na dann. Wütend darüber, dass Jane ihn zum Gespür gemacht hatte, erstellt Dr. Crowder einen gefälschten Lieblingsbrief von Alexis Rhodes, der glänzendsten unter den Spitzenschülern von Opelisk Blue. Und wenn du nicht willst, dass wir euch ausliefern, musst du eure Freiheit zurückgewinnen. Wenn du mich jetzt in einem Duell schlägst. Wenn du so Pets in mir rausgeschmissen? Keine Sorge sei. Das werde ich nicht zulassen. Lass uns duellieren, Alexis. Ja, duellieren wir uns. Das ist nicht so richtig hier. Ja gut, fang ich halt an. Hm, dann können wir schon mal was machen. Erstmal spiele ich Verstärkung für die Armee. Bring ihn besser an Krieger hier. Äh, ok. Ich nehme mal Kleben aus dem Deck. Dann setze ich ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Spiegeltor, naja. Dann ist Helden, ja gut. Jetzt können wir ein bisschen steuern. Spiegeltor. Verdeckt. Über ne Fusionskarte, Freunde. Oder Fusionstor oder so. Irgendwie sowas. Oh. Der Ballerina ist ein Krieger. Ey, Mann. Ich bin der Spiegeltor. Fusionstor. Das ist ja immer fucking Fusionstor, ey. Die legt schon mal richtig los. Kann man nicht anders sagen. Ne, noch nicht. Passt noch. So, jetzt aber. Geburt eines Helden. Aua. Das tat weh. Du 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 du. Äh, tja. Ohne Fusionskarte ist einfach ein bisschen scheisse, aber pf. Schade. Ich hoffe, irgendwie auf ne Fusionskarte und vielleicht irgendwie. Was weiss ich. Noch ein anderes Monster oder so. Tempest rufen können, sowas in der Art. Aua! LX ist ziemlich grob, wenn man das so sagen darf. Warte mal, wieso konnte ich eigentlich... Moment mal! Hä? Der Zugspieler kann eine Fusionsbeschuldung am Exotec beschwören? Bla 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 bla... Jetzt bin ich hier am Zug und bin doch der Zugspieler. Die Karte wirkt bei mir ja auch, aktuell. Wieso kann ich jetzt das Ding nicht rufen? Aha, was kann ich im Deck haben? Jaden ein fucking Ernst? Ja, hä hä hä... Der hat jetzt eine Verteidigung, wisst ihr? Okay, warte mal, Moment, Moment, Moment! Das akzeptiere ich so nicht. Vorher hat er noch irgendwie geil alle Fusionsmonster oder alle Elementarfusionsmonster? Was? Nee! Ich hab jetzt plötzlich so, äh, ich hab's ausgetauscht, sorry! Denk mir einfach nur, ey, da! So, jetzt aber nochmal richtig. Also ich hab nur Flammenflügelmann und Donnergigant auf der Hand. Donnergigant reicht eigentlich schon. So eine Fusionsmonster muss ich mir verarschen. Äh, Fusionsmonster mehrmals, Polymerfersensation vermutlich auch mehrmals, alter, ich dachte Yugi-Stick wäre schon, oder Joey-Stick wäre schon kacke gewesen, aber... Jetzt kommt jetzt Shaden, was ihn Yannick hat viel besser gemacht. Moment, Moment, Moment... Was heißt hier? Hier, Schwiegeltor. Früher brachte ich das wirklich nicht, das stimmt, aber wäre sowieso im Arsch gewesen insofern. Könnte ich auch mal fix clemen, würde ich mal sagen. Die Erde. So, wenn ich die Wahl hätte, gehen wir aus Dinnertricks, die Karte geht auch. Ist aber immer so ein Pech. Cyberklingen, ich weiß gerade schon wieder. So, Elbensignal, ich mache ein bisschen Hilfe. Elementarheld, Heat. Ist so ein Elementarheld, ja. Ich denke, nur bedingt etwas, also zwei rufen würde. Sprich, jetzt einen rufen würde, nachher noch einen Sinn würde, nachher auch spielen würde. Ich würde schon ein bisschen mehr bringen. Ne, ich brauche irgendwas zum Verteidigen. Clemen! Alter, ich habe es komplett vergessen. Und jetzt kommt First Dinnertricks. Okay, nochmal vorne. Ja, ich bin ein bisschen unkonzentriert, sorry. Ich habe nicht mehr daran gedacht, dass die anderen angreifen, ich dachte, der Angriff wäre bereits weg gewesen. Okay, mein Fehler. Gedenkt daran, ich kann nur Flammenflügel, Mann, Donnerginger und Spezial, äh, das Fusionsbesuchung rufen. Was anderes geht in diesem Duell leider nicht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Clemen und Sparkman. Ja, das wäre eine Option. Aber trotzdem wäre es einmal Sparkman im Angesmodus. Umgreif mit ihm an. Aua. Das tat ein bisschen weh. Die Wolkenkatze klappt momentan nicht. Die anderen Muffler können noch aufsparen, deswegen, Zug beendet. Der Dornogigant hat die eigene geile Fähigkeit. Oh, ernsthaft. Und der scheiß Vierchen wieder. Autsch. Autschen. Autschen, Autschen. Autschen, Autschen. Autschen. Bbrauchen wir ganz kurz den Donnergiganten. Autschen, Bostor. Autschen, Autschen, Bostor. muss ich nicht verstehen oder scheiß hühnenböcke ja ist ja gut so ich würde sagen müssen wolkenkratzer power kann ich schaden zweimal avian einmal zu viel sein soll die karten von ihr gefallen mir nicht aber ich spiel trotzdem mal noch ein avian verdeckt weil man weiß nie was eine feindkarte andere ist und im effekt von wegen hey wähle ein monster du zerstören willst und denke mir so okay ich habe nur eins ist ein bisschen doof kann ich so zu uns müssen variieren sparkman eben abwerfen das ist cool im donnergang kann ich den effekt immer wieder aktivieren also mit sammeln pro zug vergisst man oft wenn er sein soll was am anime selten passiert noch nie wie ein ganzer loch morgigant angriff sehr schön das ganze kann ich noch eine andere scheiß hervor das ist nicht irgendwie ein bisschen pervers oder elementar hält wie der scheine krieg tatsächlich noch mehr krass donnergang angriff und gut ich habe drei elementaren auf dem feld so lexys eine verteidigung brückelt ein bisschen meine gute danke danke oh ähm hm okay schwein gehabt so jetzt reicht es aber donnergigant beziehungsweise erstmal heat direkter angriff und jetzt donnergigant bitte beendet danke das war es dann wohl abgemacht ist abgemacht ich habe gewonnen also können wir gehen ok leute wir halten geheim was heute passiert ist es war mir ernst das war ein knappes match du hast etwas drauf wo so ein bisschen das gleiche das ist schädens deck was ich eigentlich cool finde schon ein bisschen abwechslungsreicher aber eben jetzt wird es nur zwei fusionsmonster also unterschiedlich im deck gehabt ich denke mir einfach das kann doch mal mehr wahr sein warum nur zwei vorhin einfach alles nur noch gehabt jetzt wird es nur noch eins ganz kurz gucken ist meistens schon schäden war das duelliert es ist da wohl treten wir mal an hier als pegasus logischerweise hm hier wird es sowieso spannend warte mal die erste staffel war ja hier war es ja noch der schon wieder ja das denn sie wollte ich sage mal gar nichts mehr die erste staffel war das abschluss duell war ne warte mal das war schon das zweite jahr das müsste bis hierhin gewesen sein war ich glaube die erste staffel war bis hierhin aber egal freunde wenn nochmal danke fürs zusehen nächste part machen weiter mit dem duell der schatten duelland und gucken mal wie sich jaden yuki so anstellt hier bei yugioh legacy of dualisk link evolution obwohl momentan ist eigentlich eher wie so ein fusion evolution war zumindest in der saga bis zum nächsten mal bye bye